Hi, mein Name ist Max, ich komme aus Neuss. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, dass ich meine Stadt liebe, dass ich zu Neuss stehe. Und was gibt es jetzt? Es gibt jetzt ein original Neuss Monopoly-Spiel. Super geil, ich bin halt immer schon ein Monopoly-Fan gewesen. Und ja, was gibt es jetzt? Jetzt gibt es am Südpark, Rennbahnpark, Jeber Skihalle. Vielleicht kennen die Leute, die Neuss nicht kennen, zumindest die Skihalle. Bei uns werden ja Tempo-Taschentücher hergestellt, Mao-Am wird hier hergestellt, 3M, diese Post-Its und solche Sachen werden hier hergestellt. Und das ist natürlich schon eine süße Sache, wenn du auf einmal Monopoly kennt, ja jeder erkennt, wahrscheinlich alle Monopoly, wenn man dieses Spiel von seiner eigenen Stadt hat, quasi. Und deswegen habe ich mich entschlossen, weil das so eine süße Idee ist und so eine coole Sache und ich sowieso mal wieder Monopoly spielen wollte, dass ich mir einfach ein Spiel besorge und ihr seid sozusagen heute live mit dabei. Hier ist ein Exemplar von diesem wunderbaren Spiel. Das berühmte Spiel und den großen Deal Neuss. Ist das nicht geil? Das berühmte Spiel. Mein persönliches Exemplar. Und es gab sogar noch hier für die ersten 500 Leute noch einen Well-Neuss-Gutschein dazu. Unglaublich. Also ich muss schon sagen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Mäuss wart. Leute, die in Mäuss waren, vorher nicht hier waren und dann hier waren, sagen halt, das ist eine unglaublich grüne Stadt. Viel Grünflächen hier, aber es ist auch eine verrückte Geschichte. Neusser sind verrückt, so ein buntes Völkchen aus allen herren Ländern. Und diese Verrücktheit wird nicht zuletzt auch durch mich unterstrichen und natürlich auch durch dieses geile Gesellschaftsspiel. Monopoly, die Neuss-Edition. Alles dabei, richtig? Ja, Breithoch, Kamerlandstraße. Ganz eben ist dann so Münsterplatz, Markt. Aber es ist schon eine coole Sache. Okay, also es gibt insgesamt 1200 von dieser limitierten Edition. Dieses Video soll eigentlich kein Werbevideo sein. Ich wollte euch nochmal zeigen, was es Witziges gibt und was es solche coolen Sachen gibt. Monopoly, Neuss, ich bin ein Fan. Mein Name ist Max, ich bin aus Neuss. Bis Spiderman. Bis zum nächsten Mal.